Wenn die Rennstrecke zur Event-Location wird, dann ist das Grip Cars & Coffee knallig, kurios, krass. Das Auto-Event des Jahres für Groß und Klein. Jede Menge Entertainment und köstliche Verpflegung. Mittendrin Grip Stars zum Anfassen. Und natürlich Autos, Autos, Autos. Heli fliegen, Go-Kars fahren, richtig viele coole Autos sehen und gutes Essen, das gibt's nur bei Grip Cars & Coffee. Grip Cars & Coffee auf Deutschland-Tour. Ein Muss für Automobil-Liebhaber und Fans des Motor-Magazins. Packt Familie und Freunde ein, wir sehen uns da. Am 20.05. auf dem Nürburgring, am 24.06. auf dem Sachsenring und am 19.08. in Schumachers Motor-Drom-Bispingen. Alle Infos gibt's auf grip-carsandcoffee.de